Das ist ja fantastisch. Ich bin keine Doppel. Ich bin keine Doppel. Ich habe schon eine Meinung. Ein Fahrrad über diesen Abend. Es sind so viele Leute, das ist ziemlich laut. Ist das nicht unangenehm? Nein, ich habe es ganz gerne, wenn es laut ist. Und was würden Sie gern sehen zum Beispiel jetzt? Bastard! Was passiert hier? Ja, die Attentäterin wird bereits festgehalten von Erich und Alain Stant. Hier Alain Stant. Theater des Augenblicks. Die Attentäter des Augenblicks. Vielen Dank.